Diese hier angebotene Zwei-Zimmer-Wohnung ist ab Mai 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Wüsseldorf-Altstadt. Das Objekt verfügt über einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung umfasst eine Fläche von ca. 73 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 1400 Euro. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017